So, Galerie Tickets. Es sind schon bei 151. Es kann doch nicht so schwer sein, bis da noch etwas kommt, oder? Wenn ich hier hügel noch irgendein Pferd rein setze oder so. Zum Beispiel wenn ich die Kinder dort drüben reinsitze. Ich möchte es mal probieren. Ich baue jetzt hier hügel. Doch mal wieder so ein Pferdstallgehege hin. So, und dann kommt das kleine Pferd. Kommt hier rüber. So, um da sogar einen Ball zu spielen und dann eröffnen wir diese Besuchergalerien alle wieder. So, eröffnen, eröffnen, eröffnen. Ist das eigentlich ein Mann oder ein Weib? Männlich, Mann. Das ist jetzt mal ne Viel. So. Joa, dann geht's gut. Die Bestelligkeit ist zwar ein bisschen niedrig, aber... Hab ich verschluckt. Ne, ich hab einen Frosch im Hals. Ich hab gar einen ganz rauen Hals. Ich rede doch den ganzen Tag nicht. Ich sag den ganzen Tag nichts. Und plötzlich hab ich so einen rauen Hals. Von was denn? Mach nichts. Ich tue nichts. Ich weiß gar nicht, was wir alle haben. So, wann kriegst du denn dein Kind wieder her eigentlich? Junge Narko eins. Oh, männlich. Weiblich. Fällig in drei Monaten. Ach. Troffen. Ein Schad. Ich müsste so einen Notweg rüber bauen, damit man ab und zu mal rüber kann. Vielleicht verlege ich ja mal das Ding hier woanders hin. Was ist das gewesen? Jeden Kontine. So, die kommt jetzt mal dorthin. Und das Ding kommt jetzt weg. Und da ist jetzt... So ein Notweg. Den öffne ich jetzt mal. So, damit wir mal ein bisschen Besucherverkehr hin, damit die mal wieder alle ablaufen. Mach mal gleich, was so los ist, ne? Wenn es natürlich alle Idioten nur zurücklaufen. Jetzt trennen die Mechaniker oder Nö. Na gut. So, welch wollte ich noch, bis die Gruppe wieder hüben ist. So. Haben sie Pech. Jetzt gucken wir noch ganz schnell nach dem Mechanikorn. Wo ist er denn? Du kommst her, du kommst wieder hier rein. Und du kommst gefälligst auch her, du kommst jetzt auch wieder hier rein. So. Hey, hier ist kein Weg. Die Gruppe noch nicht so rüber gelaufen. Ich hab' das gesehen. Sehen, ob das nochmal vorkommt. Ich hoffe es mal nicht. Oh, da ist er um ausgeflüchtet. Na ja. Lassen wir die mal alle wieder verwirrt sein. Äh. Eingauern. Blu-Galantier. Zwei. 70. März bloß. Oh. Zack. Und das, obwohl die alle hier durch sind? Ich glaube, die auf drüben haben wohl nicht so sehr viel Umsatz. Vielleicht das so ruhig sehe. Ach, hier ist ein paar 1,20. Ach so, das wird nach Gehege unterteilt. Ah, jetzt verstehe ich's. Ach, und ich dachte immer, das ist generell für alle. Wo Gehege? So, wenn das Fahrträge im Boot hat, dann... Da haben wir uns das kleine. Na. So. Schon wieder so ein männliches Pferd. Ich wollte mich veräppeln. Und setze den hier rüber. Und dann kaufen wir uns ein weibliches Pferd noch. Weibliches. Im Moment, das setzen wir den wieder rüber. Wartet, wartet. Ich hab' ne Idee. Den setzen wir rüber. Und dann kaufen wir ein weibliches Pferd. Und den setzen wir hier hin. So, jetzt kommt ja, dass die frechtig ist. Also mit Pferde sind wir auch gut ausgerüstet. Aber bloß diese... Verdammte Gehegeeinnahmen. Ey, das gibt's doch nicht. Jetzt guck' ich noch mal nach Gehege... Bei Roller-Caster-Tiguen-3. Genau. Noch mal ne Frage. Das gibt's doch nicht. Die Werfer und Selfer der Tieren sind und Röhre sind in den Hegeinnahmen. Was? Wenn man beweisen kann, dass zur Höhe stehen wird. Was? Ich hab' ein Problem mit dem Panzer. Habe ich eine Chance um leibliche Pferde, die wie Handlungsrüsten an der Stelle zu bekommen? Ich weiß nicht, wie die Döcher am Polen. Hä? Was? Das ist ja ein bisschen falsch. Noch mal ne Frage. Ich glaub' das hab' ich jetzt mal schon durchgelesen. Weil das geht nicht alles schön und angeguckt. Also bei Wildbacker ja, ich hab' gesamtlich nur noch Gehegeinnahmen 400. Und vor allem hier. Gehegeinnahmen ist das Spenden. Die Pferde und Selfer der Tieren sind nur zu höhere, so wenn die Gehegeinnahmen. Erst achte darauf, dass die Gehegeinnahmen mit einem geeinigermaßen zuständig sind. Die Tiere müssen sich gemurten und dürfen nicht hungern. Also, hungern tun die jetzt. Was? Also, das hat gesehen. Plötzlich war's weg. Ich wollte grad Spielsachen. Spielsachen wollte ich grad. Zack, zack. Zack, zack. Irgendwas. So. Ich mach' mal Reifen. Ich mach' mal Ball. Hier auch noch was. So. Oh, Türbringer 40. Oh, da drü- oh, 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 oh. Moment, Moment, Moment. Moment. So. Du. Und dir. Kriegt jetzt auch mal Lohn. So. Und das. Ach so, das war die, die, die Dings da. Ach so, ich wollte durchlesen. Äh. Na, ist doch logisch. Tolle Attraktionen, Besucher, Besucher, Geld, Geld, nächstes Level. Wie die, die Versucher. Ja, warum? Gehege erinnert mich gleich Spenden. Aber wer Spendenbox? Aber warum komm' ich denn dann eher drauf? Wo gab's denn eine Spendenbox? Fotostelle, LZD, Lausbrusche, Metallanzeige, Passautomat, Springpunkt. Metallanzeige, Tafelpunkt, Holzanzeige, Fotostelle, Fotostelle. Ne. Ich dachte, es gäbe eine Spendenbox. Es gab doch keine Spendenbox. Natürlich gab's Spendenbox. Pannertikel, Pannermützen, Sheriff, Standortstand, Sättel, Gebäcke, hm, ja, Messer, Weltraum. Gleich geht's weiter auf Philips. Ich war's. Ich war's.